Juckt mich nicht, doesn't matter to me, I don't care. Sentences we hear way too often when addressing important issues. Whether it's gender inequality, racism or climatical problems to name a few. Egal wo man hinhört, egal wo man hinschaut, alle reden immer über den Zusammenhalt, den wir brauchen werden, um zukünftige, aber auch schon sehr präsente Probleme unserer Zeit zu lösen. Aber wie soll man es schaffen, alle ins selbe Boot zu holen? Wie sollen sieben Milliarden Menschen einer Meinung sein? Vielleicht sollten wir im Kleinen anfangen. Von Grund auf ein Fundament bilden, aufbauen auf Gemeinsamkeiten. Because we all have one common ground when it comes to the free will. The privilege to build an own opinion, a personal opinion about anything. Everybody can share what they believe in and what they support, even if it might be controversial. Fair enough, right? Hört sich fair für uns alle an. Yet when it comes to proven and most importantly real issues, this privilege often stands in a way of solving them. Let me give you an example. Eine Person, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, sagt I don't care about climate change or the pollution of the earth. Where I live, the sun shines when it's supposed to, there's snow in winter and weather catastrophes are a rarity. It doesn't affect me, so why should I care? Why should I give it any second thought? Und dieser letzte Satz ist das Problem. Es betrifft mich nicht, warum sollte ich helfen? Es betrifft mich nicht, warum sollte ich darüber nachdenken? I admit, I'm also still learning. I'm still trying to figure out how to make a change, how to make an impact. And I know from personal experience that it's not always easy to speak up for what you believe in. It takes up an immense amount of courage. But there's always a way to make a change. Nobody should ever sleep on their privilege. Everybody should rather use it to give others a voice and a platform because you will never know when you will end up in a situation needing the help and support of others, the people who might not be affected by that problem. To prove my point, maybe think about these following questions. What if you would be losing your home and everything you own because of a hurricane? What if you had to fear for your life every time you show affection to the person you love publicly? What if people around you would put stereotypes upon you and plainly hate you because of your ethnicity, religion or heritage? What if you were distinctly affected by global issues because you are yourself? Was würden Sie dann machen? Ignorieren? Würden Sie diese Probleme noch immer ignorieren? Would you still not help in the process of finding a solution? Frankly, I don't think so. Together, we are stronger. Let that sink in. Together, we are stronger. Easier said than done. But I have to agree with this quote in many aspects. Ich bin eine Volleyballspielerin und eine Schülerin an einer HAC. Im Verein, aber auch in der Schule, höre ich immer wieder, dass man zusammen im Team Zusammenhalt zeigen muss. Sozusagen als Gemeinschaft Herausforderungen annehmen. Als Team beim Volleyballspiel arbeitet man zusammen auf ein Ziel hin. Den Sieg. Als Klasse in einer Matura-führenden Schule arbeitet man gemeinsam mit den Lehrern und Lehrerinnen auf ein Ziel hin. Die Matura. We're all part of a community. So why don't we make use of this? Why don't we use the power that we could have together as a community to fight against problems? Why are we still sitting around waiting for a miracle to happen? Let me tell you something. There is no miracle inside. Issues are not here to solve themselves. We should see them as chances. Chances to make a change. And chances to make a positive impact. Aber wahrscheinlich liegt es nicht nur in unseren Händen. Mit Sicherheit liegt es nicht nur an uns, der Bevölkerung. Wir brauchen auch die Unterstützung von höheren Instanzen. Von Menschen, die mehr bewirken können als jeder Einzelne von uns. I'm thinking CEOs, politicians. Denn meistens, wenn wir über die größten Probleme unserer Zeit sprechen und uns für Änderungen einsetzen, wird uns nichts zugehört. Sie sagen zwar, wir hören euch, wir verstehen euch, aber im Endeffekt passiert nichts. Wir werden ignoriert. Immer wieder aufs Neue. Junge Leute werden sogar von Erwachsenen dafür belächelt, sich für Änderungen einzusetzen, sich für eine bessere Welt einzusetzen. But, dear audience, we sadly rely on those people in regard of many things. They have the power to make a significant change. The big companies have the power to reduce CO2 emissions suggestively by changing their productions or changing their packaging. The politicians and the government have the force to fight against inequality. We can only use our power. We can only use our voices and tell them. Be persistent. As a young teenage girl, I would wish for more cooperation, for more understanding and legit change. Nicht nur leere Versprechungen. Listen to us when we're marching. Listen to us when we're crying out for help. Emphasize. Listen to us and take action. I'm 100% sure that if we form some kind of alliance, we can solve these problems and make them disappear. Well, maybe not disappear, but certainly minimize them. And for me, that would be a huge step closer to a better and safer world for us and the coming generations. Denn jeder hat die Chance, einen positiven Beitrag zu leisten, Courage zu zeigen und Gleichgültigkeit zu überwinden. Denn nun, wenn wir dies schaffen, wird das Wort Gleichgültigkeit vielleicht zum Fremdwort. Vielen Dank.